Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Vergabe von Studienplätzen im Fachmedizin teilweise gegen das Grundgesetz verstößt. Die Richter verlangen, dass sowohl die Vergabe von Studienplätzen nach der Abiturnote und Wartesemestern, als auch die Vergabe der Hochschulen selbst geändert werden muss. Die staatlichen Ausbildungsplätze müssten chancengerecht vergeben werden, so die Richter. Derzeit kommen im Studienfachmedizin etwa fünf Bewerber auf einen Studienplatz. Das knappe Angebot macht die Zuteilung der Studienplätze unausweichlich. Wenn der Staat aus diesem Grund Berufschancen zuteilt, ist er nach Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz aber zumindest darauf verpflichtet, die Ausbildungsplätze chancengerecht zu vergeben. Die Vergabe der Studienplätze erfolgt nach einem komplizierten System. 20 Prozent der Studienplätze werden an Bewerber mit den besten Abiturnoten vergeben. Weitere 20 Prozent sind von der Wartezeit der Bewerber abhängig. 60 Prozent der Plätze vergeben die Universitäten nach eigenen Auswahlkriterien. Kritiker sehen schon die Vergleichbarkeit der Abiturnoten nicht als gegeben an. Denn beispielsweise erreichen in Thüringen 38 Prozent der Abiturienten einen Notendurchschnitt zwischen 1 und 1,9. In Niedersachsen sind es dagegen nur 17 Prozent. Eine weitere Hürde für Bewerber ist, dass man sechs Ausbildungsorte auswählen und eine Reihenfolge angeben muss. Manche Hochschulen berücksichtigen Bewerbungen aber nur, wenn sie als erste Präferenz genannt sind. Bis zum 31. Dezember 2019 muss der Gesetzgeber das Vergabesystem ändern. Bis zum 31. Dezember 2022